Willkommen, guten Abend. Mit dem Jahresstart sind oft viele Hoffnungen verbunden, aber auch die Frage, was uns das neue Jahr alles wird bringen. Erst recht angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren, wo wir momentan damit konfrontiert sind. Sorgen macht viel nicht die Inflation. Die Teuerung nagt an unserem Geld und ist dafür verantwortlich, dass unser Sparbad ein stetiger Kleinanwert verliert. Das wirkt sich auch stark auf die Altersvorsorge und das alte Sparren aus. Zwar schlägt dank dem Teuerungsausgleich die HV-Rente, in den meisten Fällen nicht aber die Rente aus der Pensionskasse. Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind die Reformen der Altersvorsorge noch dringlicher geworden. Wie kommen die Altersvorsorge trotz Teuerung und anspruchsvollen Wirtschaftsaussichten sturmfest machen? Und wie mit all den vielen wirtschaftlichen Unsicherheiten umgehen? Darüber reden wir jetzt mit Martin Jara, CEO Schweiz bei Helvetia. Welche Folgen hat die Inflation jetzt und auch die ganzen unsicheren Wirtschaftsaussichten für die Altersvorsorge? Dass unsichere Rahmenbedingungen, Fragen und auch Sorgen nach der Altersvorsorge nach sich ziehen, ist völlig verständlich, weil eine solide Wirtschaftsentwicklung ist letztlich das Fundament einer soliden Altersvorsorge. Wenn man auf die Inflation schaut, dann ist wichtig die drei Säulen von der schweizerischen Vorsorge zu unterscheiden. In der ersten Säule bei der AHV und bei der zweiten Säule zum Teil bei invaliden Rente, bei hinterlassenen Rente gibt es einen automatischen Teuerungsausgleich, aber bei laufenden Rente, also bei Altersrenten, wo Menschen aus dem BVG aus der beruflichen Vorsorge beziehen, erfolgt kein automatischer Teuerungsausgleich. Das heisst, es bleibt weniger Renten übrig, es sind weniger Waren erhältlich für die Rentner. Die Berufstätigen können vorsorgen, die Berufstätigen können die Lucke durch die private Vorsorge schliessen, sie können dort auch die Anlegemöglichkeiten nutzen, die einen guten Inflationsschutz bieten können und diese Möglichkeiten gilt es wahrzunehmen. Warum werden denn die Rente jetzt gerade eben in der zweiten Säule bei der Pensionskasse nicht angepasst, weil gerade für viele Rentnerinnen und Rentner ist da die Inflation natürlich fatal? Ja, wichtig ist, dass man da die Funktionsweise der zweiten Säule sich vor Augen führt. In der zweiten Säule sparen wir das ganze Leben ein Teil von unserem Lohn an und das als Sparte, die wir dann angespart haben, wird später als Rente bezogen. Wenn ich jetzt die Renten erhöhen möchte, dann muss das letztlich finanziert werden durch die heutigen Berufstätigen. Das heisst, die heutigen Berufstätigen hätten weniger Geld oder selber weniger Renten am Schluss. Und ob man das will oder nicht, ist letztlich ein politischer Entscheid. Da geht es um die Frage, welche Generation soll welche Last aus der Altersvorsorge tragen. Es ist aber heute schon so, dass wir eine grosse Umverteilung haben. Heute wird jede neue Rente im Schnitt mit 40'000 Franken von den Berufstätigen zugunsten von den Rentnern quer subventioniert. Und ich persönlich bin klar der Ansicht, diesen Betrag noch anzuheben, dass strapaziert Generationen Solidarität zu stark. Wir sollten die dritte Säule stärken, wir sollten die Möglichkeit in der dritten Säule nutzen, uns frühzeitig mit der Vorsorge auseinandersetzen, eigene Lösungen kreieren, die passen auf die eigene Situation. Und wir haben dort die Angebote, die attraktiv sind, die flexibel sind und die müssen wir nutzen, um unsere Altersvorsorge sicherzustellen. Direkte Folgen haben die steigenden Zinsen und Teuerung auch bei den Immobilien und für die Hausbesitzer und Mieter. Sie sind gerade in mehrfacher Hinsicht betroffen. Wegen der Gas- und Stromengpässe sind die Energiepreise und damit die Nebenköstler bei den Immobilien stark gestiegen. Zusätzlich sind aufgrund der höheren Zinsen auch die Hypotheken teurer worden, was die Fremdfinanzierung schwierig macht. Sorgen macht vielen auch die Vorstellung, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht zu wenig Strom zur Verfügung haben. Martin Jara, wie schützen Sie Ihres Unternehmen gegen mögliche Strommangellagen? Was empfehlen Sie den Kunden? Anfangen tut es früh, anfangen tut es beim Strom sparen und wir schalten unsere beleuchteten Reklamen ab. Wir haben die Heiztemperatur runtergefahren für den Winter und wir wollen damit ein Zeichen setzen, um auch mehr Menschen zu motivieren, Strom zu sparen, weil das müssen wir gemeinsam hinkriegen in so einer angespannten Situation. Als Unternehmen haben wir Vorsorge getroffen. Wir haben insbesondere unsere Datenverarbeitung und Funktionsfähigkeit von unseren Rechenzentren sichergestellt. Das sind für uns ganz zentrale Bereich unserer Geschäftstätigkeit. Und genau so ist es wichtig für jedes Unternehmen, die für sich richtigen Vorsorgemassnahmen zu treffen, weil wir müssen uns klar sein, dass eine geplante Strommangellage das ist nicht versicherbar und es ist auch nicht versichert. Und deswegen ist es wichtig und auch wichtig zu sehen in meinen Gesprächen mit Kundinnen und Kunden, dass sich die KMU in der Schweiz sehr seriös und gut vorbereitet auf eine mögliche Strommangellage. Folgen hat das auch für Privatpersonen. Der Strom- und Energiemangel heizt eben teuerlich zusätzlich an. Ebenso durch die steigenden Zinsen. Fragt man sich, wird der Traum vom eigenen Haus in der Schweiz immer unrealistischer? Ja, grundsätzlich hat sich an den Realisierbarkeitskriterien nichts geändert. Es ist vorne wichtig und es ist auch jetzt wichtig, dass man ein Eigenheim nur macht, wenn man eine Tragbarkeit wirklich abbilden kann. Und da haben wir auch vorhin immer schon mit 5% gerechnet und davon sind wir immer nur ein Stückchen entfernt. Aber unabhängig davon ist es natürlich schon so, dass steigende Zinsen ein Eigenheim heute verteuert und sich das Lohn zu vergleichen. Verglichen können sie gut auf Plattformen oder auch in einer persönlichen Beratung. Wenn ich bei uns auf unsere Immobilienplattform Immoworld schaue, dann sehe ich nach wie vor einen sehr dynamischen Immobilienmarkt und auch einen Markt, wo insbesondere in Ostschweiz finanzierbare und attraktive Wohnimmobilien weiterhin hergibt und zur Verfügung stellt. Jetzt haben wir ganz viele Unsicherheitsfaktoren. Wir haben höhere Zinsen, wir wollen die Inflation und eben allenfalls nur eine Strommangellage. Sie beschäftigen sich täglich mit Risiken. Wie kann man auch als Privatperson mit Risiken oder auch als KMU mit Risiken umgehen, ohne dass sie am Schluss blockieren, weil man vielleicht Angst hat? Es ist schon so, dass wir mit Risiken konfrontiert sind, die wir jetzt jahrzehntelang nicht mehr für uns im Fokus haben. Sie haben die Risiken genannt, Lieferengpässe, Pandemie, ein Krieg in Europa, Inflation, alles Themen, die wir irgendwo auch von uns weggeschoben haben. Und wir müssen lernen, mit diesen Risiken umzugehen, die Massnahmen für uns zu treffen und auch ein Stück weit mit diesen Risiken zu leben. Für mich persönlich ist es auch wichtig, pragmatisch zu bleiben und den Blick auch immer weiter nach vorne gerichtet zu haben. Danke vielmal, Martin Yara. Wenn sie das Geld allein brauchen, braucht momentan eine dicke Haut. Die massiven Kursschwankungen an den Finanzmärkten haben die Nerven von den Anlegerinnen und Anleger schwer strapaziert. Nach dem miserableen Anlagejahr 2022 fragen sich viele, wie sie sich jetzt im neuen Jahr positionieren sollen. Gar nicht. Investieren ist angesichts der Teuerung auch keine überzeugende Alternative. Wie kann man sein Sparbadzen anlegen, ohne dass man höhere Verluste einfährt? Was verspricht Sicherheit und Rendite? Wir bringen Antworten und Tipps. Nächstes Mal wieder hier im Geld. Einen angenehmen Arbeit. Vielen Dank.